Ja, es ist festlich im Auge, da sind noch einige Beine, es scheint dazu zu Problemen zu kommen. Aber wie gesagt, es ist noch alles drin. Ja, es ist noch alles drin. Ja, gerade so ein bisschen, die Leute machen so Grundecken, versuchen gerade vom Auge wegzukommen. Der Kappel gerade total macht, ich finde, was die Jungs hier gerade erleben, wir hatten schon mal als Todesländer gespielt. Oh, es sind viele schon. Werden 80er?